JETCHEN JETCHEN Haha, Schach! Was? Du schummelst doch! Das würde ich lassen! Das würde ich lassen! Nö! Vergiss es! Ich spiele auf meinem Tablet! Das ist dir in den Pool gefallen, schon vergessen? Schachmatz! Was ist Opa Max? Wir sind in einen Stau geraten! So einen schlimmen Stau habe ich noch nie gesehen! Gibt's hier was umsonst? Der Stau ist ja kilometerlang! Rufen wir den Helikopter? Phil repariert gerade die Schäden von letzter Woche! Wir fahren bestimmt gleich weiter! Okay, und jetzt werde ich dich platt machen! Dein König steht falsch! Schachmatz! Ja! Ich stecke in der Verliererzone fest, so wie all die Autofahrer da draußen! Ich gebe dir einen Rat! Sei nicht immer so impulsiv! Versuch im Voraus zu denken! Im Voraus denken? Ich sehe hier nur Stillstand! Siehst du? Wow! Wir stehen schon ganz schön lange! Wie wäre es, wenn ich dir ein paar Strategietipps gebe? Mir ist schon eine Strategie eingefallen! Der wichtigste Zug im Spiel ist die Eröffnung! Natürlich würden manche argumentieren... Fahren wir nicht? Warum fahren wir nicht, Oma? Weil alle Autos angehalten haben! Das ist blöd! Autos sind blöd! Mir ist langweilig, Oma! Ich will hier weg! Simon Schatz, sieh doch mal, ob Ryan etwas mit dir spielen möchte! Ich bin auch angeschnallt! Du musst nur den Knopf da drücken! Ich frag ihn mal! Willst du mit mir spielen? Aha! Ich suche uns was aus! Klar! Spielen wir Mana mal Lala? Nein! Mensch! Nein! Was willst du denn spielen? Das! Aha! Ich glaub, ich muss was machen! Ja, hi! Wir stecken im Staufest! Und ich wollte Ihnen sagen, dass wir leider nicht kommen werden! Wie? Ich kann nicht mehr absagen! Ja, ich würde gern mal mit Ihrem Manager sprechen! Dann kann der Bauer mit einer Diagonalbewegung den neben ihm stehenden Bauern schlagen! Das nennt man... Warte! Ich hab'n Buch dabei! Oh, super! Ein Buch! Die Stampfer kenn' ich! Endlich ist mal was los hier! Hier ist es! Es nennt sich en passant! Das heißt im Vorbeigehen! Spannend, oder Ben? Ben! Opa Max! Ist Ben vorn bei dir? Was? Sind wir schon da? Nein! Kein Ben! Oh Mann! Da hilft nur was Großes! Jaaaah! Ah! Ah! Wie zu viele Autos! Hey, Simon! Ben! Cooles Monster! Jetzt bist du auch so groß! Ähm, ja, äh, wie ich sehe, hast du doch deinen Rucksack um! Man sollte meinen, jemand hätte ihn dir mal weggenommen! Äh, was machst du denn hier draußen? Die Autos sind im Weg! Ich mach' uns Platz! Ah! Äh, vielleicht sollte ich das für dich halten! Hilfst du mir ein bisschen dabei? Äh, meinst du das ernst? Wow! Oh, hey! Oh, weia! Ich halte das für keine gute Idee, Simon! Achtung! Oh! Können wir das überdenken? Oh, hey Jungs! Es geht weiter! So ein Mist! Warum geht's nicht weiter? Äh, Maxine? Oh, hi, mein Hübscher! Was für eine nette Überraschung! Hahaha! Ryan? Ich glaub's nicht! Haha! Hey! Es rücken immer wieder Autos nach! Das ist nicht fair! Wo, 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 Simon! Äh, ich hab' da die Idee! Ich bin tanks, y etmek ne B I M I T Ich bin das! Ich bin zu harsch vill sein Deine Além.